Hä? Achso, ah. Andere Line? Was ist denn eine Line? Hier kommt jetzt der Serious-Part. So, hi du der Königstuhl. Mal wieder. Und heute mal wieder mit dem Jeff Zee. Mal gucken. In der Mark. Und jetzt habe ich glaube ich Hakakaka. Ah genau, Due ist dann links irgendwie. Und hier ist Hakakaka sowas. Alter, das rummelt schon mehr. Klar, aber immer wieder krass, wenn man vorher die ganze Zeit noch mehr abgefahren ist. Hä? Achso, ah. Andere Line? Okay. Ist natürlich eigentlich besser. Ja, ja. Das war die Idee. So, wieder Bartho. Und jetzt fahren wir zur Fallplanerei. Oho, der Baumstamm. Alter. Ah, das Jeff Zee ist so leicht, ey. Okay. Da ist schon. Ja komm. Oh shit. So, das war in der Bartho. Jetzt noch mal zum Hakakaka-Duel. Aber ohne den Riesendrop. No. Servus. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Traffic jam. Oh shit. Coconut Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. so nochmal Falknerei oder Hacker Kacker Servus ah ja ok das ist auch Hacker Kacker aber eine andere Line keine Ahnung ich blieb hier immer noch nicht so ganz durch also das Ding ist mit einem 29er Vorderrad glaube ich schon komfortfaktor sag ich mal vor der Radgerutsch LUME geil! da kommen die meute! alter! acht leute heute! so also heute trailstürmer 1, marty, that guy, jonas, bato, noch ein trailstürmer und der burnt! was ne line! die wurzel, krass! es ist halt schon sehr leichtes, jeff seh, das hat man an der wurzel wieder gemerkt am vorderrad und hot wheels ich glaube philly ist hinter mir, ich höre nämlich riding sounds was für geile inoffizielle bombs ey unfassbar immer wieder kurvenkratzer nach längerem ach so, hier, dieser drop ja, okay, na gut boah was! das ist ja scheiße! die mountainbiker machen die an dem wald kaputt wie man sieht so, weiter gehts auf den kurvenkratzer ja! oh! bassgott! bassgott! da kann man nicht mehr hochfahren! da waren die steine weg beim baumstumpf, hast du gesehen? da kann man doch hochfahren normalerweise! also irgendwie sah das so aus, als ob der run-end für diesen baumstumpf locker zumindest so im vorbeifahren bau au oh, oh! uah! alter! ich muss mir on einstieg jetzt up ich helde es will Oh Gott, schon rumbelig, falsche Leine Yo, those drums just flow so well Oh, fast in die Fresse, in die Fresse Oh scheiße, da hat sich am Reifengrad was nicht so gut angehört, ich hoffe der ist nicht platt Slow Hier kommt jetzt der Serious Part Oh scheiße, ah fuck Abstand Are you okay? Ja, ich bin jetzt Oh scheiße Oh, gerade noch gesaved, schlecht angefahren die Kurve Geiler Scheiß Ja, sag ich ja Das ist doch jetzt das Ding mit dem Baum, oder? Ah, ne Immer dieser Baum in der Kurve da Ah, nein Ah 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 Oh Ah shit, ich bin rein verpasst Ja, das war knapp Alter, was ein Trail Ich glaube ich fahr jetzt zum vierten Mal, aber das ist immer noch ordentlich krass Okay, ich glaube die sind einfach weiter, dann fahren wir jetzt auch weiter Ah 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 Fast Ah 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 Machst du eine Fistingrunde machen hier? Danke, jetzt bin ich gleich befriedigt, ihr zwei noch. Bis zum nächsten Mal.